Tiere sind nicht in der Lage, selbst ethische oder moralische Positionen zu entwickeln. Ihre Fähigkeit, eigene Bedürfnisse gegenüber dem Menschen zu vertreten, ist beschränkt. Wenn jedoch Menschen die ethischen Interessen von Tieren vertreten, ist ihre Sichtweise unvermeidlich von eigenen Werten und Zielen geprägt. Ob Krone der Schöpfung oder am höchsten entwickeltes Wesen, der Mensch hat sich selbst lange Zeit als das Maß aller Dinge betrachtet. Doch diese anthropozentrische Sichtweise auf die Welt steht auf dem Prüfstand. Einige Tierethiker kehren den Blick um. Wie leben Tiere und wie beeinflusst sie der Mensch? Es wird erforscht, wie sich unsere Auffassungen über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier entwickelt haben und welche alternativen Sichtweisen es gibt. Haus-, Nutz- und Labortiere erscheinen unter dem ethischen Blickwinkel in einem neuen Licht. Aber auch kulturelle und religiöse Praktiken wie Jagd, Stierkampf, Zirkus- und Zoohaltung, Pelztierzucht oder Schächtung. Diskussionspotenzial birgt auch der Umgang mit sogenannten Kulturfolgern wie Füchsen und Ratten oder der Konflikt mit Wildtieren. Selbst wenn Tiere geschützt werden, ist nicht immer klar, ob dies um ihrer Selbstwillen geschieht oder ob sie nur einen indirekten Schutz erhalten, zum Beispiel wenn es vorrangig um die Sicherheit von Lebensmitteln für Menschen geht. Ein Beispiel. An Tieren verübte Grausamkeiten sind in Deutschland gesellschaftlich geächtet. Das Verbot solcher Tierquellereien fand in der Vergangenheit aber oft erst statt, wenn sich daraus vorher auch Nachteile für den Menschen ergeben hatten. In der Praxis spielen auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle, etwa bei der Tötung männlicher Küken, weil aus ihnen keine profitablen Legehennen werden. Hier greift der Gesetzgeber derzeit regulierend ein. Der rein ökonomisch orientierten Sichtweise steht eine Perspektive gegenüber, die allem Lebendigen, Tieren, Pflanzen, Pilzen und sogar der Natur als Ganzes einen eigenen moralischen Wert, eine Würde zuschreibt. Daraus lässt sich auch folgern, dass Menschen gegenüber Tieren moralische Pflichten haben. Unter dieser Voraussetzung sollen auch die konkreten Interaktionen zwischen Menschen und Tieren neu beurteilt werden. Ist Tierhaltung und Nutzung immer nur eine einseitige Aneignung? Gibt es Win-Win-Verhältnisse zwischen Mensch und Tier, zum Beispiel zwischen Menschen und gut versorgten Haus-, Jagd-, Spür- oder Blindenhunden? Umgekehrt kann man fragen, lassen sich ethische Rechte von Menschen auf Tiere übertragen, obwohl Tiere nichts von moralischen Pflichten verstehen? Wäre das gerecht? Vielleicht können entlang dieser Fragen gemeinschaftliche und faire Diskussionsgrundlagen entstehen, die alle Lebewesen integrieren. Politik und Gesetzgeber haben damit begonnen, tierethische Positionen zu berücksichtigen. 2002 wurde das Staatsziel Tierschutz in das Grundgesetz aufgenommen und erhielt damit Verfassungsrang. Hieraus lässt sich allerdings kein Vorrecht gegenüber den bürgerlichen Grundrechten ableiten. Im Zweifel und im Normalfall hat der Mensch derzeit noch Vorrang. Wenn eine ernsthafte ethische Berücksichtigung der Tiere jenseits von Nutzungs- und Verwertungslogiken die Anerkennung eines eigenen moralischen Status beinhaltet, müssten viele Praktiken der aktuellen Tiernutzung wie auch rechtliche Regelungen überdacht werden. Neben der Gesetzgebung ist deshalb immer auch der einzelne Mensch gefragt. Er kann seine Überzeugungen, Bedürfnisse und Wünsche vor dem Hintergrund ethischer, kultureller und wirtschaftlicher Argumente selbst abwägen und eigene Entscheidungen treffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017